Hallo, herzlich willkommen zu den Tagen 248 bis 252. Das ist diese Woche Mittwoch, äh, Quatsch, von letzten Samstag bis diese Woche Mittwoch. Und, ähm, ja, es ist eigentlich relativ viel passiert. Trotzdem habe ich nicht so viel Zeit, das in mehreren Beiträgen unterzubringen. Deswegen muss ich das heute schnell noch unterbringen. Und, äh, ich will auch nicht ein zu lange das Video machen, denn ich muss packen. Ähm, dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, am Samstag ist nicht wahnsinnig viel verpasstiert. Ein bisschen gearbeitet, fiel mir noch am PC rum an. Abends kam, ähm, Saki vorbei, ähm, hat dann hier benachtet. Den Sonntag haben wir dann eigentlich auch, ja, waren wir ganz hart hier. Ich habe ein bisschen mehr gearbeitet, ähm, auch noch ein bisschen untergezockt. Und dann abends haben wir, ja, uns, ähm, damit beschäftigt, dass ich, ja, bald wieder verreisen muss. Also ich wollte nach Japan fliegen. Und, ähm, ja, man guckt, was so das beste, ähm, der beste Termin ist. Und, ja, der beste Termin war, den wir jetzt rausgerichtet haben, war jetzt morgen. Also ich fliege schon jetzt, ähm, Donnerstag. Und, ähm, ja, für fünf Tage insgesamt. Ähm, und irgendwie hat dann, sagen sie sich auch kurzzeitig überlegt, dass sie vielleicht ein bisschen Uni abkippen kann. Und dann kommt dann einen Tag später am Freitag nach. Und, ja, bis nächste Woche, Dienstag geht das Ganze dann. Äh, dazu werdet ihr dann aber in den nächsten Tagen dann ein bisschen mehr sehen. Ich werde wahrscheinlich dann wieder mit der Kamera rumlaufen und dann an dem einen oder anderen Ort dann, ähm, was zeigen dann. Ja, haben wir uns halt, wie gesagt, da ein bisschen mit der, äh, Reiseplanung ein bisschen beschäftigt. Und am Mittwoch, äh, äh, quatsch, am Montag dann, ähm, tagsüber, ja, sagen, ich musste dann mittags dann wieder los. Ich hab nicht so wahnsinnig viel gemacht tagsüber, ähm, bin dann abends zur Nachhilfe. Ähm, die war wieder relativ unspektakulär. Hab da, ähm, netterweise ein bisschen Schokolade geschenkt bekommen, was ganz cool war. Und, ähm, die Busfahrt war so leicht skurril irgendwie. Auf jeden Fall hat der Busfahrer die ganze Zeit da, äh, in einem, in einer Lautstärke telefoniert. Das war irgendwie ein bisschen strange und erfahrer Weg. Ähm, wollte ich, ich gucke halt immer, ähm, in so eine App rein. Und da steht, wenn der nächste Bus kommt. Und irgendwie war nichts angezeigt. Äh, ewig lange nicht. Und da hab ich mich schon auf den Weg gemacht, ähm, zu einer nächsten anderen Bushaltstelle, um eine andere Buslinie zu kriegen. Ähm, war schon halb in der U-Bahn, ähm, ja, um dann da hinzugehen. Und wollte dann mal checken, wann die nächste kommt. Und da hab dann gesehen, dass es doch wieder gelistet war. Na, hab ich dann ein bisschen dumm hin und her gelaufen. Aber, äh, war halt jetzt auch nichts Wildes. Aber war ein bisschen anders als sonst dann. Am Dienstag bin ich relativ früh morgen aufgestanden. Und, ähm, hatte einen Termin in der, ähm, im Krankenhaus wegen meiner Schulter nochmal. Da hatte ich eigentlich den ersten, äh, Termin verpasst. Irgendwann im April hat er jetzt einen neuen Termin gekriegt. Hab mir jetzt nicht so wahnsinnig viel davon versprochen. Aber dachte, kann ja nicht schaden. Ähm, bin dann da hingefahren. Muss sagen, beim ersten Mal, als ich da hingefahren bin. Das war für mich doch irgendwie noch ziemlich krass da. Diese lange Strecke, ähm, rauszufinden, wie man da hinkommt. Und, ähm, war da relativ besorgt damals noch. Und, ähm, ja, diesmal relativ entspannt. Also, ähm, ist auch immer ganz nett, da so den direkten Vergleich dann halt zu sehen. Ja, im Krankenhaus, das lief eigentlich auch relativ problemlos. Wusste ja auch schon, wo ich da hin muss. Er ist so ein International, ähm, Service Center, die mich dann da weitergeschickt haben. Und, ähm, musste, ja, weiß nicht, vielleicht eine knappe Stunde warten, bis ich da angekommen bin. Und, ähm, es ist irgendwie sehr interessant. Also, du hast da so ein, zwei Doktoren schon in dem Zimmer, ähm, mit denen du dich da am Anfang unterhältst. Und irgendwann kommt dann, ähm, ja, die Korrephäe rein, ähm, der Professor. Ähm, also ich glaube, der hat schon einen extrem guten Ruf, ne. Also, mir wurde der auch von einem Schulterspezialisten in Deutschland empfohlen. Und dementsprechend, ähm, muss er halt schon einen ziemlich guten Ruf haben. Ähm, ich fand's dann aber auch krass, dass er da irgendwie mit, auch wie schon beim letzten Mal, diesmal auch mehr mit fünf, sechs Doktoren im Anhang da, äh, langgelaufen ist. Und, äh, mich dann untersucht hat. Und, irgendwie war's ehrlich gesagt, schon ein bisschen peinlich. Irgendwie haben alle um mich rumgestanden, alle haben mich angeguckt und so. Naja. Ähm, ja, ist nicht viel dabei rausgekommen. Also, hat mir bisher gefragt, wie die letzte Injektion, ähm, wie das lief und so weiter. Aber, ähm, naja. Also, deshalb ist ja auch nicht so ganz schlüssig. Und, dementsprechend, äh, werden wir demnächst noch mal ein bisschen, ähm, so eine Art MAT machen. Aber, äh, eins, wo man anscheinend ein bisschen mehr sehen kann, dann. Naja. Ähm, ja, ich hab dann mir überlegt, weil ich abends noch Nachhilfe habe. Ich hab's da extra verschoben wegen meinem Urlaub. Ähm, bleib ich einfach in Seoul. Das würde sehr mehr Sinn machen. Ähm, wollte dann zu einem dieser Paläste gehen. Ähm, auf dem Hinweg war's irgendwie ganz, ganz witzig. In der Metro haben sie irgendwann angefangen, so ältere Leute anzuschreien. Am Anfang hab ich erst nur gedacht, das sind so älte, die ein bisschen taub sind und dementsprechend ein bisschen lauter sind. Aber, äh, nee, dem war nicht so. Also, die haben da, wenn ich wirklich sage, aus irgendeinem Grund, äh, richtig angeschrien. Aber, äh, also nicht so, dass die aufeinander losgegangen sind. Also, sie sind da relativ locker sitzen geblieben. Also, nicht so, dass man irgendwie so in eine Kraftposition gehen oder sowas. Aber die haben da rumgeschrien. Ähm, das ist krass, ne? Also, die jungen, die ganzen jungen Leute, die alle so ruhig benehmen sich. Und, äh, die Alten hauen die ja schön auf die Kacke. Nein, wenn die, also, das passiert ja auch relativ selten. Also, auch die Alten benehmen sie meistens. Aber, da waren dann irgendwie so ein paar Leute dabei. Das war echt ein bisschen merkwürdig, naja. Ja, ähm, es gibt ja so ein paar Hauptpaläste. Und, äh, ich war relativ am Anfang von meinem Kurieraufenthalt schon mal da. Äh, gab so ein Kombiticket. Ähm, das hatte ich noch nicht komplett eingelöst. Da waren noch zwei Sachen, die ich sehen wollte. Eins war leider zu. So habe ich deswegen eigentlich zur zweiten, ähm, zum zweiten Palastin bewegt. Hatte Glück, dass sie mich reingelassen haben. Denn die Karte ist eigentlich schon abgelaufen. Aber wir haben das noch nicht, nicht weiter gecheckt. Ähm, war ein relativ kleiner Palast. Und der Palast an sich war jetzt auch nicht so, nichts Besonderes. Ähm, ich habe das ja schon mal gesagt. Wenn du einen Palast hier gesehen hast, den kennst du alle anderen auch. Und, ähm, so jetzt als mega Sightseeing-Thing, äh, kann man das ja auch nicht sehen. Ähm, dementsprechend bin ich aber ohne große Erwartungen reingegangen. Und, ich glaube, deswegen war es dann halt auch immer ganz gut. Und weil die ganzen den Park hatten, habe mich dann halt ein bisschen am Park gechillt. Und, ähm, ein bisschen noch gelesen. Und, ähm, ja. Ganz interessant war auch noch, dass irgendwie so drei Schulmädchen, dann irgendwie an Kram so den ganzen Mut so sich zusammengenommen haben. Und dann irgendwie angefangen, mich einem zu quatschen, na. Und, äh, ein bisschen was gefragt haben. Und jedes Mal dann, äh, wenn sie was gesagt haben und ich geantwortet hatte, dann, ja, kam dieses Kikicher da. Und, also was ist schon so typisch für so, äh, Mädchen in der Pubertät sind. Aber hier in Korea ist das dann halt nochmal ein Tick übertrieben. Und, äh, war ganz witzig. Aber, ja, auch ein bisschen strange. Ähm, ja. Danach, äh, wollte ich eigentlich ein bisschen Sushi essen gehen in einem Restaurant, wo wir ja schon mal vor echten Monaten waren. Hab's da dann nicht wieder gefunden. Äh, bin dann noch ein bisschen durch, ähm, durchs Hohl gelaufen. Hat dann auch schon so ein bisschen Lust verloren. Äh, weil es so leicht angefangen hat zu regnen. Und, äh, irgendwie war ich auch ziemlich platt. Bin dann nochmal zu einem Tempel hingegangen, ähm, die ich auch relativ früh schon hier in Seoul gesehen hatte. Der hat mir immer ziemlich gut gefallen hat. Und, ähm, danach bin ich dann aber auch dann, ähm, weiter zur Seoul Station. Hab, äh, Nachhilfe gehabt. Auch diesmal wieder auf Englisch gesprochen. Ähm, war ganz gut. Und dann, ähm, ging es auch nach Hause dann. Ja, der heutige Tag, ähm, ich bin dann, bin da, heute kommt da ein bisschen was noch für die Reise dann, mir, ähm, angeschaut. Und dann bin ich dann, ähm, zur Uni. Ähm, da finden gerade so ein Kanzler, ganz fest statt. Viele Leute, oder viele Studenten verkaufen denn da gerade, äh, so Essen an so Ständen. Und, ähm, ist ganz interessant. Äh, es ist super viel los. Und, ähm, hab da so ein bisschen Kleinigkeiten gegessen. Ähm, ja. Aber es, ja, so ein richtig schönes Sommerfest, was wir hatten. Also, hat mir halt sehr gut gefallen. Ähm, hatte dann um vier so die erste Nachhilfe, oder die erste, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, mit der Professorin von Sanghi, die irgendwie auch Deutsch mit mir machen. Ähm, will. Und, ähm, ja, war ganz gut. Also, wir haben eigentlich nie so richtig über Geld gesprochen, aber ich hab ein bisschen Geld gekriegt und gleich auch irgendwie so einen ganzen Batzen. Also, ich weiß nicht, wie viel erscheint. So, irgendwie Frau auch schon bezahlt. Für wie lange, weiß ich nicht ganz genau. Aber im Grunde genommen ist es jetzt auch nicht so richtig, wie viel ich irgendwie kriege. Weil, ähm, ich denke, es stimmt schon. Und, ähm, ich kann es halt immer gut verbinden mit einem anderen Nachhilfe. Von daher ist es okay. Und das andere Gute ist halt, ähm, ja, sie spricht halt ziemlich gut Deutsch. Sie ist halt wirklich locker drauf. Das macht auch irgendwie richtig, ähm, spaßig da zu unterhalten. Und ansonsten ist sie, ähm, auch sehr gönnerhaft. Selbst, äh, wenn ich jetzt vielleicht auf die Stunde umgerechnet dann vielleicht weniger kriege als sonst. Aber, ähm, wie gesagt, das macht mir da nicht wahnsinnig viel aus. Also, gleich für nächste Woche sind wir dann gut zum Essen eingeladen. Und, äh, ähm, ich war dann dann nachher noch, sind wir nach unten übers Fest gelaufen. Da hat sie mir dann gleich auch noch mal ein bisschen was zu essen, äh, gekauft. Und, ähm, ja, ja, auch zig Süßigkeiten angeboten gekriegt und sowas. Also, das stimmt auf jeden Fall schon. Gute Sache. Und, äh, ja, es macht spaß und es macht auch echt spaß, sich da zu unterhalten. Ja, danach war ich noch zur Nachhilfe in Songdo. Ähm, die war auch relativ locker, auch ganz gut. Und dann bin ich jetzt zu Hause gewesen, äh, hab meine Reiseplanung gemacht und, ja, das war's vom Tag und dann gibt's demnächst was über Japan.